Möchtet ich euch nicht voranzhalten? Auf geht's, wir beginnen mit einem kleinen zänkischen Bergfahrt. Ja, zu den Nationalstaaten gibt es nicht viel zu sagen, die haben sich für überhaupt noch nicht qualifiziert. Aber schön, dass wir heute da sind. Die Schweiz! Ja, zu den Nationalstaaten gibt es nicht viel zu sagen, die sind 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 viel zu sagen.